wo bist du nein ich meine ich nicht keine ahnung wie man die besiegt kann überhaupt besiegen so nicht dann gehe ich den lieber aus dem weg so mäuschen weiß ich wieder bauen muss es muss doch einen weg geben die auszutricksen gleich mit der rolle attacke die ich mal vergesse absolut keine reaktion na gut dann nehme ich das als hindernis war und weich dem gekonnt aus so wo gibt es was ich brauche goldene karotten ich brauche uhren goldene karotte ist schon mal gut das haben wir nicht so viel im level aber es kommt ja eventuell noch einiges das war ja okay ein fisch im lager haus im wasser was denn auch sonst ganz normal so was haben wir hier ja hier habe ich das auch den ausgang war ich lieber noch nicht auf und stürze ich mich aus wir sind noch ein das ebenfalls nichts man diese automatik hier bei den modernen zeiten komme ich gar nicht mehr mit öffnet dich leider auch nix goldene karotte und uhr da hatte ich aber immer noch nicht weit vor angeschickt noch mal hier sehen manchmal so ähnlich so mäuschen ich hole mir die schäuze kurz nicht hin und dann so was ich hoffe die kann man nicht nicht besiegen wenn es dafür eine goldene grotte irgendwie gibt tschüssi so dürfte ich bitte vielen dank da drüben ist der ausgang lag um zwei wahrscheinlich drei oder so sie meistens irgendwas in der richtung kaputt machen ne so damit haben wir diese sackgasse 2 erledigt allerdings die fabrik ist riesig ich habe ja sowieso schon den verdacht dass ich mindestens eine sache verpasst habe und ich möchte nicht noch eine sache verpassen deswegen dass hier gut hier sind wir eingestiegen was die schlüssel auch immer bei diesen löchern machen ist auch fraglich aber die ganzen gegner hatte ich eigentlich schon besiegt hier lasst mich doch junge jetzt zweifle ich an mir selbst keine items keine items so genau hier geht es da genau von links bin ich gekommen jetzt geht es hier weiter in dieser todesfalle na komm ich mochte es vor allem kaputt gelacht wenn donald ich weiß kein lohn tun aber trotzdem fand es witzig ich musste da dann denken in so einer irgendwas gelandet ist fand ich oder sonst wegen etwas und dann einfach total zu brei geschlagen wurde so und da ist ein geschlossenes gebiet deswegen holen wir das zuerst die feine sollen helfen das ist mir klar war vor allem ersten bereich fand ich jetzt nicht so hilfreich weil ich meine meine sichtweite ist begrenzt ich kann ja nicht so weit gucken deswegen wenn so ein pfeil zurück zum beispiel steht weiß ich nicht okay ist das eine sackgasse deswegen ist der pfeil da oder zwei tonnen wieder jetzt möchte ich da hin so und schon geschafft der bereich war lässiger und es gibt bestimmt noch einen dritten nein postkampf expeditionsraum was wir sind in der karottenfabrik warum gibt es hier so was was geht ab durch na tnt das sind die roten kisten von denen habe ich aber alle ok deswegen ist auch eine uhr aufgetaucht ok ok fehlt mir gar nicht so viel tnt für den weg hin ich will wissen was drin ist nix gut ich kann nichts damit machen dann gehe ich weiter was kann ich damit wieviel tonnen sind das diesmal eine tonne wieso kriegt er nur eine ab eine karte gut jetzt andere seite der fette abgehen na gut dann kommen wir schon wir spielen ein bisschen und jetzt wieder anders herum an die karotten komme ich aber nicht dran gelten er wurde dem einen einzubatschen jetzt kommt der herr wieder dahinten auch wenn ich da bleibt so ein freund hilft jetzt muss ich kurz ausweichen natürlich kommt jetzt genau das tnt kann ich da ein so jetzt wieder um dich kümmer ich mich so schießt auf mich bitte sehr aber was haben die hier gemacht in der karottenfabrik sich wieder versteckt oder was sollte das ich sehe nur noch eine goldenkarte das ist die von dem ok ich werde immer noch abgeschossen oder andere wir wollen nicht aufgeben 12 und habe ich damit alles alle kauten und alle uhren ja danke 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 dann habe ich doch nichts verpasst und gott sei dank nochmal 8 8 15 15 sehr gut weil darauf hätte ich gar keinen bock wie gesagt so große unübersichtliche level nenne ist nichts für mich ausgezeichnet absolut perfekt du hast diesen level abgeschlossen vielen dank sehr gut das bergwerk ruft lass mich deine position für dich halten ja mach ruhig ich fand so cool wie man das level reinkommt weil sich davor starten kann kann gar keine wecker oder krottenanzeige die ist immer da selbst wenn es keine gibt und dabei musste ich erst kaputte machen mit einem kopf sprung und dann erst rein so damit haben wir hier alles kann das sein die ganze welt ist jetzt auch komplettiert erst die steinzeit und jetzt die 30er jahre das oben links ist rechtes ding und links ist alles gut dann verschwinden wir 30 steinzeit beendet wir nähern uns im ende so wo ist das nächste level aufgetaucht dimension x nähe das nächste ist piraten genau wovon da ich nicht behaupten kann dass wir das beenden können weil auf der schatzdingswurms insel ich weiß wie es weitergeht wer wollte mich veralbern nennen den bergwerk aufs nähe habe ich gar keine durchschüss der tut mir rein jetzt jetzt denken die sich große level muss um mich fertig zu machen weil in der piraten seit alter gibt es ja noch ein paar level die ich nicht beenden konnte und weil ich einfach nicht wusste wie es weitergeht aber fähigkeiten nämlich bräuchte würden nicht wenn ich am ende nichts bekommen dann muss ich nachsehen wie es geht aber hier gibt es noch etwas mit 14 golden karten und einem wecker der wettlauf um planet x schon wieder so ein zeitgeist ok diesmal aber ok jungs der erste der seine fahne auf die bergspitze bringt und einsteckt hat gewonnen alles klar auf die plätze praktik los ich muss erstmal die goldene kraute schnappen und wo geht es jetzt hier weiter ok das reicht nicht was führt mich das hin ok das habe ich alles ich muss doch sehen wo aber das mittlere hinführt beider mich hier hingeführt ok na gut und dann hier in den vögel komme ich nicht vorbei ich muss das erste level erkunden wo ich hier nicht im wettlauf machen kann ja schön aber da unten war noch was da unten ja ein bisschen weiter links ja ja das wetter man könnte vergessen ich finde aber seien sie design interessant ein alien dabei angezogen ist wir wie pass ja schon genau hier kann ich jetzt runter so jetzt habe ich das da jetzt komme ich durch das lauf wieder zurück und jetzt kann ich das weiterhin da ist bestimmt schon über alle berge so dreimal eine gold und karotte hier das muss ich den weg finden der mich dahin führt das war er nicht naja soll er ruhig ein sieg haben ok das ist auch nicht dann ist es halt die mitte und hier die goldene kalotte brauche ich bitte mitte war es was soll ich anderes tun am ende muss denke ich eh nur die zeit aufhalten einhalten nicht anhalten ach du schäufe da bin ich richtig ehrlich du bist eine sackgasse gell ne 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 hier will ich nicht hin wo für das hin ok ok das war welches weg der da nie ne kann sind tatsächlich beschrieben aber ich darf noch zumindest das hier weiter wo bin ich jetzt ok Jaja, man muss sich schon umsehen. Ich weiß nicht so gut kommentieren. Das ist jetzt nicht so verwirrend, aber man muss sich alles merken. Wenn ich durcheinander komme, dann gute Nacht. Da war übrigens ein X für Planet X. Achso, jetzt bin ich hier. Ja, hier will ich aber nicht sein. Kann ich nochmal runter irgendwie? Ja, ist gut. Jetzt will ich hier nochmal rein. Letztes und vorletztes habe ich jetzt. Das ist dann nämlich ein Angriff. Das führt nur dahin. Wofür das hin? Das ist gut. Damit bin ich einverstanden. Ja, nervt mich jetzt nicht. Damit bin ich einverstanden. Und das hier wird ganz wahres. Okay. Zum Weiterkommen brauchte ich das vorletzte. Ja, muss ja anscheinend trotzdem das Ziel auch wenn ich verloren habe. So. Den kürzesten Weg kenne ich zwar immer noch nicht, aber wenn ich alle Karotten habe und die habe ich, dann bin ich zufrieden. So, sagt, du hast gewonnen und lass mich wie ein Loser darstellen. Ja, noch ein Versuch. Also, wie kommt man auf die Idee überhaupt, einem Ego ein römisches Outfit zu geben und dann... Ja, ich meine, die Römer waren ja, aber trotzdem die Kombination. Okay, mal sehen, ob ich das jetzt kriege. Ich muss ja eh nur das Zeitlimit wahrscheinlich einhalten. Achso, hier muss ich hier rein. Jetzt gehe ich hier runter. Genau, komme ich da. Das war welcher Weg jetzt? Ja. Ich denke, die goldene Mitte war es. Ja. Sehr gut. Hier lasse ich mich diesmal nicht zertwetschen. Na gut, vielleicht doch. Ich wurde nicht mal geheilt. Ah, ich wurde nicht mal geheilt. Dann halt noch ein Versuch. Jetzt aber. Ich erinnere mich auch ein bisschen an Oxid. Wer Crash Team Racing kennt und den Abenteuer-Modus durchgezockt hat, der weiß ganz am Ende der Endboss Tricks auch ein bisschen, indem er einen Frühstart hinlegt. Fand ich auch damals genial. Einfach mal so den Spieler verarschen. Kann ich natürlich trotzdem noch schlagen. Das ist kein Problem. Ja. So, welcher Weg war es? Ich habe es vergessen. Der vorletzte, denke ich. Schaffe ich es noch? Ich weiß gar nicht, wie gut ich in der Zeit bin. Ich denke, die Zeit ist mehr als drüber. Kann das sein? Die ist super. Deswegen ist er auch nicht hier. Ja, Flagge reinstecken. Was ist denn du für eine Box? Na ja, da kommt wohl einer zu spät. Ah, er, der hat er als Flagge. Ja, okay. Fand im ersten Moment ignoriert er immer Bugs in jeder Folge und dann am Ende will er ihn nur noch zerschießen. Ja, ich weiß, ich bin klasse. Und damit haben wir das hier abgeschlossen. Das ist gut. Die Welt ist doch nicht beendet. Dafür fehlt uns noch das rechte Level hier. Dafür brauchen wir... Wie viel? 117. Ja, sind wir schon da. Rund 78% des Spiels. Und das freut mich. Dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir das andere Level, was wir gerade freigeschaltet haben. In den... Was war's Piratenzeitalter? Das zweite große Level. Das wird ein Spaß bestimmt. Ich hoffe, er ist nicht so unübersichtlich. Aber ansonsten freue ich mich drauf. Und damit keine Sorge. Heute ist nicht alle Tage. Ich lasse euch von der Planke springen. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.